Hallo, ich bin Martina und in diesem Video lernst du etwas über die Formen der Adverbien. Das heißt, ob es sich um einfache Adverbien, Ableitungen oder Zusammensetzungen handelt. Es geht hier nicht um die Art der Adverbien, also nicht darum, ob es temporal, modal oder kausal Adverbien sind, sondern um ihre äußere Form. Damit du alles verstehst, solltest du wissen, was Adverbien sind. Es gibt hierzu ein Lehrvideo. Das kannst du dir ja nochmal anschauen, falls du nicht mehr so ganz genau weißt, was eigentlich Adverbien sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir am besten mit den einfachen Adverbien. Einfache Adverbien lassen sich nicht in weitere Morpheme zerlegen. Das klingt ja schon mal ganz gut, aber was sind denn bloß Morpheme? Ganz einfach. Morpheme sind die kleinsten Bestandteile eines Wortes, die eine semantische Bedeutung oder eine grammatische Funktion haben. Es sind also nicht die einzelnen... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause! Gute Bildung, zu Hause! Gute Bildung, zu Hause! Vielen Dank.